Hallo liebe Freunde! Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Zu einem eher... Zu einem neuen... Projekt... Projekt, oder? Und Menschen können wir aber nicht die Fresse halten, wie man hört. Schau mal mein fucking dick! Mein dick ist so lang! Freut mich darauf, dass der Typ das sagt, der hat einen sehr kleinen Schwanz, weil er sich gerade online blamiert. Nein du so... Der hat mich gerade beleidigt, ne? Ja... Was geht bei dem Arbeiter? Wenn er wisse, ist er gerade online zu hören, ne? Ey, alle die PSN haben, schreibt mal ZUNK, der sein Opfer ist. Was? Ich möchte jetzt hier nichts zu online-mommeln oder so aufrufen, aber... Warte, die Schreibung nicht mehr. Nein. Ne, ich will meinen Papa aber schreiben. Nein. Nein. Juhu! 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 Alter, halt die Fresse! Hat der einen epileptischen Alter? Freunde, wir haben zwar nichts gegen Menschen mit Behinderung oder sowas. Ist einfach nur traurig. Dass du dich behindertest von einem anderen Stern. Bitte auf Platz! Ja! Fresse halten Modus! Meine Fresse, Alter! Halt doch mal das Maul! Der ist Hecke! Oh, dieser Frieden, Freunde! Dieser Frieden! Platz jetzt! Guck mal! Du brauchst mit dem Hund zu reden in der Aufnahme so Spacken. Dann soll der Hund Platz machen. Sag mal im Hund nicht, dass er Platzen soll. Platz machen! Da, der ja grad so einen Spasti-Anfall hatte, ne? Aha. Geh mal hoch! Läuft bei der... Ja, ist aber kein Necker. Guck mal die Waffe. Das ist keine Waffe. Das hier vorne. Ja, das ja. Und ich das sehe. Ach nee! Das ist ne Schatzkaratze. Geil. Das ist ein Klempner. Oder Feuerwehrmann. Feuerwehrmanns-Fan. Da bin ich Blutswolf. Eigentlich ein Leitwolf, aber da heißt es Blutswolf. Hier. Ja. Und da ich die Besserer sind in meiner Lobby. Jawohl. Hält mir aus, ich hab keinen Schnurri. Haha, du hast keinen Schnautcher. Nein, ich hab keinen Schnurri. Ich mag aber Schnurris. Magst du Schnurris? Ja, aber ich mag Schnurris. Krieg ich selber einen. Ein Schnurr-Bart. Ja, bekennst du das Schnurr. Rrrrrrrr. Lässt du? Das ist kein Schnurr. Alter. Das ist nicht so. Wir wollen ja vernünftig aufmachen. Ja, das ist ein Schnurr. Entschuldigung. Was weiß nicht? Nehm ich zu wenigstens mal lernen, ich weiß nicht mehr nicht mehr zu fluchen. Ehh. Weißt du? Boah, Freunde, manche Menschen einfach, pfeift denn aus deinem Boden? Okay. Nein, der fährt noch nicht, weil es eine Pfeife ist. Oh Gott. Ey, ich hab zu, der war gekommen. Ja, wie ist, komm, wir gehen auf Toilette, ja? Nein, ich bin nicht gay. Komm auf Toilette gehen, heiraten jetzt. Ich will keine Prostata-Untersuchung. Und, aber, ist das nötig? Nein, ich hab keinen. Oh, weh. Lüg mich. Ich hab keinen Cholera. Ach, ist keine Cholera? Ja. Ich hab auch kein Salber. Ich bin nicht die Sicht der, das einfach mit hier drüber, ne? Okay, so bin ich lieber. Ich hab auch kein Salber. Ist kein Niederalber. Was ist das? Ich geh wieder da drauf, ne? Aua. Warum hat der Sam-Tags? Jetzt schau, wie's da drauf war. Ey, der hat mir auf den Rücken geworfen, ne? Ne. Doch. Wenn ich sterbe, bin ich aber tot, ne? Wenn ich hier runterfalle. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Ey, wenn du mich tutst, überlebe ich das nicht. Ey, wenn du mich tutst, überlebe ich das nicht. Wo bist denn du, du geiler Wichser? Du geiler Wichser. Hast du dein Eintrittsschild? Hi! Wo kommst du auf der Seite der Mutons? Der Ninja Mutant-Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ja, ja. Nuketown Ninja Turtles. Weil wegen Schildkröten die Ninja. Weißt du? Nuketown Ninja Turtles. Teenage Nuketown Ninja Turtles. Oh, komm mal her. Guck mal, ich bin Mutant, da könnte das nicht in die Tür verwenden. Attacke? Attacke. Aua. Du hast du hochgemacht. Du bist du. Da leben sie noch da oben. Ja. Wie sie vor, ich gebe dir so ein Eckpunkt. Von ganz, ganz, ganz. Stell ich mir vor. Und ganz, ganz hinter dir. Hi Freunde Was du? Ich auch Catmarmus Hä man, ich hatte nicht zwei Schlüge geflogen Nein Oh man Oh what the fuck ey Ja, schau mal Schau mal, nicht das Unschafweiß du Catch a grenade Oh ja Doch nicht Hey 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 du 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 ey Wir sind Freunde Willst du mein Freund sein? Ja der will mein Freund sein Oh man Ich will aber nicht meine Freunde sein Ich hol dich jetzt von hinten weg Bis dabei Oh ja Von hinten Boah Ah yes Giddypole Von hinten da wo Skylos Da hinten geht's richtig ab da Oh man Oh man Du fandest mein Brot Du fandest mein Brot Du fandest mein Brot Naaa 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 Spiel du und lass ja mitspielen Ich hab ihn angeffledscht Das heißt was? Angrenatend? Ja von hinten Bäm Hab sie von hinten gegeben Hast du gehört? Hab sie von hinten gegeben Ja übrigens Leute hast du jetzt infiziert ne? Wie wär's gedacht? Nää Was für eine Wendung Ja für die Leute die kein COD spielen Das hätt ich niemals gedacht Für die Leute die kein COD spielen Mein Gott mein Leben ergibt keinen Sinn mehr Ach du die Frösse ucklinger Bastard Ha Immer mobst du mich? Dich kann man noch mogen Deine Mutter kann man noch mogen, Alter Geh hoch und zack sie Nää lass mal Jetzt gehst du doch schlappen ins Gesicht Ha 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 Großfleisch Großfleisch Jaaa Großfleisch Ich weiß wie der letzte ist Ich konnte grad Doppelviereck drücken Für ein Bier Für ein Bier? Ja ich will ein Bier Ehhh hallo ich bin infiziert und brauche ein Bier Alkoholiker Ich bin Alkoholik Ihhhhhh Ich Trink ihn nicht Na guck mal Hmmmm Hahaha Oh ha ha As du hörst auf zu quatschen Wo wollt er denn die Alte Sanddics denn was wie ich Er wollte ihm noch eine geben Hat er sogar noch Ja aber er hat eh keinen Schlapp Du hast 4 Kitz gemacht Ich bin später. Ich glaube nicht. Du musst dann noch auf B ändern, dann stopp. Du hast es gemacht. Ich lass jetzt einen Schnur hier machen. Eier aus Stahl, ja super. Was? Ja! War da gerade so eine Herausforderung abgeschrieben. Eier aus Stahl? Eier aus Stahl. Den hab ich frei, Mann J. Naben. Ja, nein, ohne Naben. Den normalen Mann J. Ja, den. Ja, stimmt. Du hast ihn frei, ich nicht. Ja, ich bin jetzt auch Rang 23, Digga. Ja. Du bist Rang 17. Ich hab mir einen Schnurri wachsen lassen beim Friseur. Bei was? Sturmgeware. Mach das Lütter ja auch mal. Man kann sich die Haare lang schneiden lassen. Und ich kann mir nur einen Glatzer wachsen lassen. Hey. Kriegen sich zwei Glatzen in die Haare. Wer nämlich tötet ist. Ich weiß nicht, wie ich das nicht. Es ist zwei Leichen auf dem Baum, eine fällt runter, beide tot. Komm, komm, komm. Hast du gehört? Wenn du mich tötest, werde ich mich doch nicht, Luca. Hast du dir? Was? Es ist zwei Leichen auf dem Baum, fällt einer runter, beide tot. Oh, das kann hart freuen, ne? Wenn eine Leiche runterfällt, ist die andere auch tot. Was? Kennen Sie eigentlich schon? Oder was hat vier Beine uns jetzt auf dem Baum? Ronny's World Famous Hot. Ey. Hotte Links. Was hat vier Beine uns jetzt auf dem Baum? Weiß es nicht. Ein Billardtisch. Arschler. Oder sitzen zwei Kühe zu Hause und stricken ein Sofa. Kommt ein Pferd aus der Steckdose und sagt, ich bin cool. Dein Humor ist scheiße. Ich weiß. Ey, ich kann es nur mal sagen. Na, ist Pikachu. Los, Kleinstein. Wo? Kleinstein ist so explodiert. Was für ein explodierendes Explosiv... Kleinstein setzt Finale ein. Was für ein explodierendes... Was für ein explosiver Charakter war? Ey, Kleinstein setzt Finale ein. Exklusiver Charakter. Schnell Argo. Nein! Catch a grenade, Frau Ryo. Pass auf, die kommen gleich von hinten. Die melden von hinten. Anal Ritter. Anal Ritter. Anal Ritter vom Dussel. Aufschloss Bumsklapp an die Nisse. Anal Ritter aus dem Anal Ritter-Orad, ne? Nein. Die machen kein Kreuzung, sondern ein Analzug. Ja, weil das Kreuz zum Bumsklapp an die Nisse. Vielleicht ins Kreuz. Ist halt ein bisschen hinterhältig. Ich verstehe es noch mal vorliegen, aber... Das hat Peter jetzt, ich war? Alter. Na, wo bist du? Stort? Aha, du bist so. Call of Duty Toast. Ja, das ist super spannend zu von den Freunde. Boah! Awesome! Hörmann! Stein am Boden! Stein am Boden! Warum ein Stein! Warum ein Stein! Warum der Stein, der war noch so jung? Stein am Boden! Wir sind so. Wir sind so. Den blockiert! Wir haben meine Boys! Ich und meine Boys kommen und ficken euch in den anderen. Burgmesser! Warum mach ich das jetzt immer? Na Freunde? Guck mal, dein Hund ist näher gekommen, der ist kuschelbedürftig. Na Freunde, das war's auch für diesen Part, also ich werde gleich noch einen aufnehmen, nachdem ich das hier hochgeladen hab. Wie immer gilt, wir sehen uns im nächsten Video. Und wieder schauen und reinhören. Jetzt sehen wir's nimmer.